Guten Morgen, liebe Jury. Jeder Trader, ob Anfänger oder Profi, kennt die Herausforderungen des Finanzhandels. Emotionen, mangelnde Zeit und die Komplexität der Märkte. Die Zahlen sprechen für sich. Laut einer Studie der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers verlieren 90% der Privatanleger langfristig Geld. Die Gründe dafür sind vielfältig. Emotionale Entscheidungen, mangelnde Marktkenntnis und die ständige Notwendigkeit darf den Markt manuell zu überwachen. Trader verlieren oft nicht nur ihr Geld, sondern auch eine Menge Zeit und Nerven. Hier kommt GlobalFintech.net ins Spiel. Unsere Plattform bietet eine innovative Lösung, die diese Herausforderungen meistert. Eine Kombination aus modernster künstlicher Intelligenz, mathematischen Algorithmen und Fintech-Technologie. GlobalFintech.net hilft Tradern, fundierte Entscheidungen zu treffen und Risiken zu minimieren, ohne den emotionalen oder zeitlichen Stress, den das traditionelle Trading mit sich bringt. Unsere Plattform bietet zwei Kerntechnologien, die den Unterschied machen. Robo-Advisors, gesteuert von mathematischen Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Unsere intelligenten Robo-Advisors basieren auf fortschrittlichen mathematischen Modellen und Algorithmen, die riesige Datenmengen aus dem Markt verarbeiten. Diese Algorithmen analysieren in Echtzeit Marktdaten, erkennen Trends, Muster und Anomalien und erstellen darauf basierend präzise Handelsstrategien. Der große Vorteil? Diese mathematisch fundierten Berater treffen blitzschnelle Entscheidungen, schneller und präziser als jeder menschliche Trader es jemals könnte. Dadurch haben unsere Nutzer einen entscheidenden Vorteil, besonders in volatilen Märkten, wo Timing alles ist. Fintech AI-Chat-GPT-Integration Neben der Automatisierung bietet Global Fintech.net auch eine interaktive Unterstützung. Dank unserer Integration mit der KI-gestützten Chat-GPT-Technologie können Trader ihre Handelsstrategien nicht nur automatisieren, sondern auch diskutieren. Die KI erklärt komplexe Marktbewegungen, beantwortet Fragen in natürlicher Sprache und hilft, bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Das bedeutet, Trader können jederzeit auf einen virtuellen Berater zurückgreifen, der nicht nur die besten Handlungsempfehlungen gibt, sondern auch dafür sorgt, dass der Trader die Märkte besser versteht und daraus lernt. Und was bedeutet das für den Trader? Neben der technologischen Raffinesse spart unsere Plattform auch enorm viel Zeit. Die meisten Trader verbringen Stunden damit, Charts zu analysieren, Nachrichten zu lesen und auf den perfekten Moment zu warten. Mit GlobalFintech.net erledigt die KI diese Arbeit in Sekunden. Trader können sich also auf fundierte Entscheidungen verlassen, ohne selbst stundenlang vor dem Bildschirm sitzen zu müssen. Ein weiteres Highlight ist unser ausgeklügeltes Risikomanagement. Viele Trader scheitern daran, ihre Risiken richtig einzuschätzen. Ein einziger falscher Trade kann das Konto ruinieren. Um das zu verhindern, generiert GlobalFintech.net automatisch Stopps und berechnet die optimale Positionsgröße für jeden Trade. So schützen wir den Trader vor großen Verlusten und sorgen dafür, dass sein Konto langfristig gesund bleibt, egal wie volatil der Markt ist. Die Vorteile unserer Plattform lassen sich in sieben klaren Punkten zusammenfassen. Schnelligkeit Unsere Robo-Advisors, die auf mathematischen Algorithmen basieren, analysieren blitzschnell riesige Datenmengen und treffen in Sekunden die besten Entscheidungen. Genauigkeit Mit modernster KI und mathematischen Modellen sorgen wir für präzisere und datengestützte Handelsentscheidungen, die menschliche Fehler minimieren. Zeitersparnis Statt stundenlang am Bildschirm zu sitzen, erledigt unsere Plattform die Marktanalyse in Sekundenschnelle. Trader haben so mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Keine Emotionen Menschliche Fehler wie Gier oder Angst werden ausgeschlossen. Alle Entscheidungen basieren ausschließlich auf Daten und Algorithmen. Emotionen haben keinen Einfluss mehr auf die Trades. Kosteneffizienz Durch die Automatisierung senken wir die Handelskosten erheblich. Mehr Gewinn bleibt also direkt beim Trader. Interaktive Unterstützung Dank der Fintech AI Chat GPT-Integration können Trader jederzeit Rückfragen stellen, Analysen vertiefen und sich weiterbilden. Und das alles ohne die hohen Kosten eines menschlichen Beraters. Risikomanagement Automatische Stopps und Positionsgrößenberechnungen schützen das Konto vor großen Verlusten und sichern so das langfristige Überleben des Traders. Mit globalfintech.net revolutionieren wir die Art und Weise, wie Trader den Markt analysieren und ihre Handelsentscheidungen treffen. Unsere Plattform ist so konzipiert, dass sie jedem, vom Einsteiger bis zum erfahrenen Profi, die Tools und Unterstützung bietet, die er benötigt, um erfolgreich zu sein. Stellen Sie sich vor, Sie handeln mit der Geschwindigkeit und Präzision einer Maschine, unterstützt von mathematischen Algorithmen, aber mit der Flexibilität, jederzeit mit einer intelligenten KI ihre Strategien zu besprechen. Keine stundenlangen Analysen, keine emotionalen Fehlentscheidungen und vor allem keine großen Verluste mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen.